Wir sprachen ja auch gerade darüber, dass es sehr wichtig ist, guter, qualitativ hochwertiger Journalismus und das schließt ein bisschen auch an das, worum es jetzt geht in unserer zweiten Podiumsdiskussion. Und zwar um Fake News und Desinformationen. Und zwar geht es da um das Austrarieren der Falschinformationen. Und die haben, wie wir alle wissen, Macht. Sie verbreiten sich extrem schnell auf diversen Social Media Kanälen und können so zum Beispiel auch im politischen Bereich das Wahlverhalten beeinflussen. Oder auch natürlich dann wieder im realen Leben im Extremfall zu Gewalt führen. Wir diskutieren deshalb jetzt über Konsequenzen und Lösungen und versuchen Ansätze zu formulieren. Deshalb würde ich meine DiskutantInnen zu mir jetzt hier auf die Bühne bitten wollen. Und Sie sehen auch schon im Livestream, wen wir da jetzt haben. Alles genau. Herzlich Willkommen. Fighting Fake News and Desinformation. Was bringt den Lucky Punch? Und da begrüßen wir Sabine Frank, Head of Government Affairs and Public Policy von YouTube. Hallo und herzlich Willkommen. Außerdem Markus Hartmann, Oberstaatsanwalt als Hauptabteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft Köln und Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Hallo. Caroline Schwarz. Hallo und herzlich Willkommen. Journalistin, Expertin für Desinformation und Rechtsextremismus im Netz. Und hier direkt neben mir Maike Koch. Außerdem hat sie ihren Master of Laws und ist Senior Counselor im Bereich Medienpolitik bei RTL Deutschland. So, jetzt haben wir es einfach einmal. Perfekt. Und ich würde gerne, weil wir auch darüber jetzt sprachen, vielleicht nochmal ganz allgemein ihre Definition, ja vielleicht von Journalismus per se verstanden wollen. Denn Fake News kursieren im Netz, in den Medien. Und meine Frage lautet, woran erkennt denn der vielleicht nicht medienaffine, was eigentlich Fake News sind? Denn für uns ist es glaube ich klar, wir sind da geschult. Wir wissen, wie es funktioniert, welchen Mechanismen man nachgeht. Impressum, Quellen checken, etc. Aber wie soll denn sozusagen der Laie eigentlich eine Quelle, eine hochwertige Quelle unterscheiden können von einer falschen Information? Vielleicht fangen wir mit der freien Journaliste direkt mal an. Was sagen Sie, Frau Schwarz? Ja, Sie haben jetzt ja ein paar Beispiele schon genannt. Das Impressum ist natürlich eine Sache. Werden Quellen genannt? Gibt es eine Autorin, einen Autor, der genannt wird in einem Artikel? Existiert der oder die überhaupt? Auch das ist etwas, das sehr gern genutzt wird von sogenannten Alternativmedien. Einfach Namen zu erfinden. Darüber hinaus gibt es aber eben nicht nur diese Welt der sogenannten Alternativmedien, also dieser medienaktivistischen Projekte, sondern vieles, was wir unter Missinformation oder Desinformation verstehen würden im Netz, sind eben Bilder, Videos, sonstige Inhalte, die eben direkt hochgeladen werden auf alle möglichen Kanäle, die eben so zur Verfügung stehen. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich mit Fact-Checking-Projekten auseinanderzusetzen, die zu konsultieren, auch international, würde ich sagen, nach den Erfahrungen der letzten zweieinhalb Jahre insbesondere, weil viele Dinge eben nicht an der Landesgrenze Halt machen, sondern Bilder, die in Großbritannien verbreitet werden, auch in Deutschland verbreitet werden und so weiter. Und dann lohnt es sich immer, sich mit einer Bilderrückwärtssuche vertraut zu machen. Den Stichpunkt muss ich jetzt nennen, sonst werde ich als Journalistin ausgeschlossen, aus dem Geheimbund der Journalistin. Also relativ einfach, was die Bilderrückwärtssuche macht, ist letztendlich zu gucken, wo kommt ein Bild oder eben auch ein Screenshot aus einem Video im Internet nochmal vor und da kann man eben schon auch schnell herausfinden, ist ein Bild vielleicht schon fünf Jahre alt, ist es aus einem ganz anderen Land und so weiter. Dann fangen wir mal mit Ihnen an. Frau Koch, was meint Sie, haben klassische Medien gegen Fake News auf sozialen Medien überhaupt noch eine Chance? Wenn Sie erlauben, mache ich nochmal einen Schritt zurück, bevor ich zu Ihrer Frage komme, und zwar zum Titel unseres Panels und schließe an das an, was Frau Schwarz gerade auch schon ausgeführt hat, Fighting Fake News and Disinformation. Das ist ein Begriff, Fake News, der ja im Volksmund inflationär gebraucht wird, bei dem wir als journalistisches Haus aber immer schon aufzucken. Wenn man das Wort wörtlich übersetzt, sind das ja falsche Nachrichten. Und ich glaube, das ist nicht das, worüber wir hier sprechen wollen. Das hat Frau Schwarz ja auch gerade schon erläutert. Denn, wenn wir ehrlich sind, sind Nachrichten ja das beste Mittel gegen Fake News oder wie wir besser sagen müssten, Online-Desinformation. Das diskreditiert die Journalisten, eine ganze Branche, die sich dem Kampf gegen diese Desinformation verschrieben haben und die das beste Tool, sage ich mal, sind, um den Usern und Nutzern zu Hause eine Einordnung zu bieten, die die Möglichkeit haben, falsche Informationen, Online-Desinformationen aufzudecken und verifizierte Inhalte, qualifizierten Journalismus mit verlässlichen Informationen den Nutzern nahezubringen. Und an der Stelle bin ich weiterhin der festen Überzeugung, das haben die letzten Monate auch ganz deutlich gezeigt, dass Qualitätsjournalismus der Pfeiler unserer Informationen und auch tatsächlich die beste Basis für unsere Demokratie ist. Wir haben nach den Vorwürfen der Lügenpresse, die 2016 sehr laut wurden, in den letzten Jahren gerade im Zusammenhang mit der Corona-Infodemie und insbesondere in den letzten 36 Tagen seit des Beginns des Ukraine-Kriegs festgestellt, dass unsere Nachrichtenangebote, unsere Sondersendungen sehr nachgefragt werden, dass die Nutzer tatsächlich nach verlässlichen Quellen und Informationen suchen und auch wissen, bei welchen Marken sie diese finden können. Dann würde ich da vielleicht gerne direkt darauf eingehen, denn Sie haben ja tatsächlich bei RTL und auch ProSieben die Informationsprogramme ausgebaut. Also es gibt mehr politische Gespräche und es gab auch einige Wechsel von ModeratorInnen vom Öffentlich-Rechtlichen zu den privaten Medien. Ein bisschen ketzerisch gefragt, ist das sozusagen auch eine Taktik, die dahinter steckt oder ist es tatsächlich sozusagen das Bedürfnis des Mediums, verstärkt auf Nachrichtenformate zu setzen? Ich kann heute natürlich nur für RTL sprechen und für RTL kann ich ganz klar sagen, wir hatten gestern 30-jähriges Jubiläum von Peter Klöppel mit RTL Aktuell, der meistgesehenen Nachrichtensendung in der jungen Zielgruppe zwischen 14 und 59 Jahren. Und insofern ist das kein neuer Trend bei uns, sondern Informationen und Nachrichten waren schon immer ein wesentlicher Bestandteil unseres Hauses, unseres Angebotes und das ist was, worauf wir sehr stolz sind und was sich auch nicht von heute auf morgen ändern lässt. Also die, ich glaube, über 200 Stunden Sondersendungen, die wir in den letzten vier Wochen mit vierstündigen Sondersendungen am Tag geleistet haben, die sind nur deshalb möglich, weil wir über 1500 Journalistinnen und Journalisten bei uns im Haus haben, weil wir Korrespondenten in der Ukraine und auch in Russland vor Ort haben, die die Lage dort einschätzen können, die dort professionellen Journalismus betreiben können und dementsprechend auch echte Informationen zuliefern. Und nur, weil wir in den letzten Jahren massiv investiert haben, wir haben seit 2001 die Journalistenschule, in der wir alle zwei Jahre einen Jahrgang mit neuen Journalistinnen und Journalisten ausbilden. Wir haben ein Verifizierungsteam seit 2016, waren damals schon First Mover, wo wir unseren ganzen User Generated Content überprüfen lassen. Wir haben ein Riesenapparat und Team, das sich dem Journalismus verschrieben hat und natürlich, wir sind im stetigen Wandel, hinterfragen regelmäßig Dinge, aber dass Information uns ein wichtiges Anliegen ist, ist nicht neu. Dann vielen Dank an dieser Stelle für die Einordnung. Herr Hartmann, Sie bekämpfen Cyberkriminalität. Da vielleicht auch ganz einfach erstmal gefragt, was ist Cybercrime, was versteht man darunter? Na ja, auf die Frage eine einfache Antwort zu geben, ist eine echte Herausforderung. Also ursprünglich hat man ja mal vielleicht gesagt, Cyberkriminalität ist Angriff auf Datennetze, Angriff auf technische Medien. Das ist das, was wir heute noch als Cybercrime im engeren Sinne nehmen. Aber mittlerweile ist auch die Zuständigkeit jetzt etwa meiner Dienststelle auf sehr viele, naja, sagen wir mal, digitale Phänomene, Phänomene online erstreckt worden. Cybercrime im weiteren Sinne, da gehört die digitale Hasskriminalität dazu. Da gehören aber auch so Themen wie die Vorfolgung von Kindesmissbrauchsdarstellungen online dazu, sodass man, glaube ich, gar keine ganz scharfe Grenze mehr treffen kann. Letztlich, je mehr sich im Leben digitalisiert, umso mehr digitalisiert sich auch die Strafbarkeit in diesem Bereich oder die Straftaten in dem Bereich. Und deswegen ist das ja auch ein sehr fließender Begriff mittlerweile. Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Es ist also nicht einfach nur eine technisch-technologische Frage, sondern auch eine gesetzliche. Inwiefern muss das Gesetz da vielleicht auch stärker drauf eingehen? Also wenn wir auf die materiell-rechtlichen Tatbestände gucken, also das, was strafbar ist, dann muss ich Ihnen offen sagen, sehe ich derzeit keine großen Lücken, dass wir in bestimmten Bereichen nicht verfolgen können, weil etwas strafwürdig identifiziert ist, aber nicht strafbar wäre. Die letzten Lücken, die wir in diesem Bereich ja noch gesehen haben, sind ja auch mit den jüngeren Gesetzesreformpaketen, etwa mit dem verstärkten Schutz von politisch tätigen Betroffenen nochmal adjustiert worden und dann auch verändert und verbessert worden, sodass ich in dem Bereich, glaube ich, eigentlich keine großen Lücken sehe. Was man in der Tat als Frage aufwerfen muss ist, und das auch in einer der Vordiskussionen ja schon angeklungen ist, ist der Vollzug der gesetzlichen Grundlagen, die wir haben, denn immer schon so aufgestellt, dass wir tatsächlich zufrieden sein können. Und dann muss man sicher attestieren, dass gerade im Bereich der digitalen Hasskriminalität es gute Gründe gibt dafür, dass die Strafverfolgung auch eine gewisse Zurückhaltung an den Tag liegt. Wir haben über die Fragen Eingriffe in Meinungsfreiheit und Ähnliches auch schon gesprochen. Wir verstehen uns nicht als Zensurbehörde. Also die Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen in meinem Team, die sich jetzt mit digitaler Hasskriminalität beschäftigen, ist nicht, bestimmte Meinungen zu verfolgen. Das ist übrigens ein Vorwurf, der ganz am Anfang unserer Arbeit in diesem Bereich sehr, sehr oft geäußert wurde. Ihr verfolgt ja spezifische Meinungen. Nein, wir verfolgen dann bestimmte Äußerungen, wenn sie über die Regelgrenzen dessen, was der strafrechtliche Rahmen vorgibt, hinausgehen. Und da ist sicher noch eine ganze Reihe von Sachen, die man verbessern kann. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel nur dafür, damit Sie die Dimensionen sehen. Wir haben gerade über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesprochen. Da hat im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses alle beteiligten Stellen, auch die Regierung ja eine Prognose abgegeben, wie viele Verfahren erwartet man denn. Das waren 250.000, war die Zahl, die da genannt ist. So, jeder, der ein bisschen sich in der Strafverfolgung auskennt, weiß, dass 250.000 Verfahren, ich bleibe jetzt mal nur im Bereich der Justiz, ein sehr, sehr fleißiger Staatsanwalt, eine sehr, sehr fleißige Staatsanwältin kann in diesem Bereich vielleicht, dann ist man schon extrem motiviert, 1.000 Verfahren pro Jahr bearbeiten. Macht das auch etwas einfacher mit der Rechnerei. Heißt also, wir bräuchten bundesweit gesehen 250 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Dieser Punkt ist in der Debatte, auch in der Gesetzgebung mittlerweile berücksichtigt worden. Über den Lauf der Entwürfe, wenn man die mal historisch nachvollzieht, ist das reingekommen. Bis heute findet sich in keinem der Texte irgendeine Ausführung dazu, wie viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, denn da sind die ja, unsere Kolleginnen und Kollegen sind im Bereich dieser Verfolgung. Und ich glaube, diesen Punkt muss man nochmal ganz scharf in den Blick nehmen. Es nützt nichts, ein Gesetz zu schaffen, Dinge unter Strafe zu stellen. Wenn die Voraussetzungen für die Verfolgung dieser Straftat da nicht sind, dann bleibt es letztlich ein symbolischer Schritt. Aber YouTube zum Beispiel hat ja auch Handlungsspielraum. Deshalb meine Frage auch an Sie, Frau Frank. Wann werden denn bei YouTube Videos aus dem Netz genommen? Unterschiedliche Gründe gibt es da, aber erlauben Sie mir auch ganz kurz sozusagen eine Präambel. Und zwar auch der Titel der Veranstaltung würde ich gerne nochmal eingehen und Ihre Frage an Herrn Hartmann. Also in der Tat, der Begriff Fake News, den sollten wir vermeiden. Und ich hoffe auch, dass wir beim nächsten Mal einen anderen Titel gemeinsam wählen können, weil ein Teil der Problematik ist, dass wir unsauber definieren. Wir sollten eher über Miss- und Disinformation sprechen oder Disinformation. Wir sollten auch bei deutschen Begrifflichkeiten vielleicht im deutschen Kontext bleiben. Und das eine ist die gezielte Verbreitung von Fehlinformationen und das andere ist eher die sozusagen aus Versehen der Verbreitung von Fehlinformationen. Und Sie sind da viel mehr Expertin als ich. Aber viel von diesen Inhalten sind eben nicht die, um die Herr Hartmann sich kümmert, nämlich keine strafrechtsrelevanten Inhalte und trotzdem viel davon gesellschaftsschädlich. Und auch damit müssen wir umgehen. Und einen Teil davon können wir über unsere Hausregeln, Community Guidelines abarbeiten, können diese Inhalte dann auch aus dem Netz nehmen. Wir haben viel davon gesehen rund um die Corona-Pandemie, wo viel der Verbreitung von Corona gibt es ja gar nicht. Und das ist aber alles gar nicht gesundheitsgefährdend und so weiter. Das ist alles nicht strafrechtsrelevant, aber gesellschaftsschädigend, weil Gesundheit schädigend für uns als Allgemeinbevölkerung. Und deshalb haben wir das in unsere Hausregeln aufgenommen und diese Inhalte wirklich breitflächig vom Netz genommen. Das ist sozusagen das eine. Und dann gibt es aber Möglichkeiten, die wir natürlich auch haben, entweder über die Hausregeln oder weil wir deutsche Strafgesetze natürlich auch nicht nur berücksichtigen, sondern umsetzen und die Inhalte runternehmen. Und genau, insofern, ähnlich wie Frau Weber das gesagt hat, haben wir das NetzDG auch sehr frühzeitig, sehr umfänglich umgesetzt, haben Meldemöglichkeiten angeboten und kriegen etwa so 70.000 Meldungen im Jahr. Also durchaus ganz relevante Größen. Und davon nehmen wir die, die aus unserer Sicht strafrechtsrelevant sind, auch vom Netz. Also es gibt so eine kaskadierende Möglichkeit von Dingen, die wir tun können. Wir arbeiten eng auch mit Medienhäusern zusammen, weil, wie Frau Koch finde ich sehr richtig gesagt hat, eines der zentralen Themen zur Kampf von Missinformation ist die verlässliche Information. Und da sind wir als Plattform natürlich, haben wir die Möglichkeiten, solche Informationen dann auch Menschen nahe zu bringen. Und das tun wir über unterschiedliche Tools, die wir auf der Plattform zur Verfügung stellen. Das haben wir sowohl in Corona gesehen, als auch bei der Bundestagswahl gesehen und sehen es jetzt auch gerade in der Kriegssituation, dass sowas sehr stark nachgefragt wird, auch und insbesondere in sozialen Medien, die wir darstellen. Das heißt, Sie korrigieren sich dann auch oder verändern sozusagen Ihre Maßnahmen? Also können Sie einen Einblick darüber geben, wie erfolgreich Sie damit sind? Also gegen Desinformation, Falschinformationen bei Google und YouTube einzugehen? Ja, natürlich. Das ist ja ein bewegliches Ziel. Also die Missinformation oder Desinformation ist ja sehr unterschiedlich, je nachdem, über welche Inhaltsthemen wir sprechen. Also ich habe Corona angesprochen, da sehen wir völlig andere Narrativen, als wir jetzt gerade in der Kriegssituation sehen. Und das heißt, wir passen natürlich auch ständig unsere eigenen Hausregeln an. Also allein in der Corona-Zeit, ich komme immer darauf zurück, weil das so kein abgeschlossenes, aber ein bisschen mehr Erfahrung, als jetzt gerade in der aktuellen Kriegssituation ist. Also wir haben in den zwei Jahren rund zehn Veränderungen an unseren eigenen Hausregeln vorgenommen, weil wir gesehen haben, über die Zeit, dass sich immer unterschiedliche Narrativen zeigen. Und wir hatten natürlich die Möglichkeit, mit der WHO und den lokalen Gesundheitsbehörden dort im engen Austausch auch gegenzuprüfen, stimmt das denn überhaupt? Ist das denn richtig? Wir sind ja nicht die Experten für diese Gesundheitsthemen. Das heißt, wir waren immer im engen Austausch da und haben uns selbst natürlich auch korrigiert. Wir haben gesehen, dass mehr Informationen notwendig sind. Das heißt, wir haben so Informationsfenster eingezeigt. Wenn ich nach Corona gesucht habe, habe ich dann einen Hinweis zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gekriegt und so weiter. Jetzt in der aktuellen Situation schauen wir, wie wir ähnliche Maßnahmen anbieten können, um möglichst klare Informationen auch anzuzeigen. Also wir haben zum Beispiel ein letztes Beispiel, da höre ich auf, sowohl in der Ukraine als auch in den Nachbarländern, insbesondere in Polen, sogenannte SOS-Alerts geschaltet. Das heißt, für ukrainische Geflüchtete, die sich informieren wollen, wo sie eine erste Hilfe bekommen, gibt es eine Information, die dann zu, ich verwechsel immer die Abkürzung im Kopf, also zu UN-Einrichtungen, die für sozusagen diese Displaced Persons zuständig sind, da verweisen wir drauf. Insofern gibt es auch da immer wieder Möglichkeiten und Adaptionen, die wir in der Plattform vornehmen. UNHCR, jetzt habe ich es. Dann würde ich vielleicht an dieser Stelle nochmal wieder einen Bogenspann zu dem Thema Rechtsextremismus, worüber wir vorhin auch sprachen, beziehungsweise eine Kino zu hören bekamen von Hans Demmel. Richtig, da sitzt er. Und zwar, Sie, Frau Schwarz, haben ja das Buch Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus auch geschrieben. Welche Rolle, was würden Sie sagen, spielen Desinformationen beim Rechtsextremismus? Eine von vielen natürlich. Also Desinformationen sind ein Mittel. Es gibt Akteure, die von einem Infokrieg sprechen. Das hat man außerhalb des Rechtsextremismus, beobachtet man das in der Form nicht, außer wenn man von staatsgelenkten Medien vielleicht noch zusätzlich ausgeht. Das spielt eine Rolle, wir haben das bei der AfD gesehen, beim früheren Pressesprecher, der, als er mit einer Falschmeldung, die aus der Fraktion oder aus der Partei verteilt wurde, gesagt hat, naja, wenn es ins Narrativ passt, dann ist es halt so, dann macht es auch nichts, wenn es eine Falschmeldung ist. Also es gibt da einen relativ laxen Umgang. Das sieht man, wenn man sich die Parteilandschaft anguckt, ebenso wie wenn man sich außerparteiliche, vielleicht auch lose Akteure anguckt. Das ist so und das ist natürlich ein ungleiches Spielfeld an der Stelle, wo demokratische Akteure versuchen, dem etwas entgegenzusetzen, wenn eben die Lüge vollkommen okay ist. Wir haben das 2015, 16 gesehen mit den Falschmeldungen über Straftaten von Geflüchteten, die da massiv verbreitet wurden zu der Zeit. Wir sehen es jetzt wieder, zumindest in einigen Fällen, wo Rechtsextreme, die sich nicht der Ukraine oder spezifisch dem ASOV-Regiment zugehörig fühlen, auch die gibt es, wo da eben viel weiter verbreitet wird. Und wir sehen Überschneidungen, wenn wir RT zum Beispiel sehen, das ist jetzt nicht spezifisch rechtsextrem, aber die Grenzen sind ja fließend, vorsichtig gesagt. Wir sehen, dass es eben auch eine gegenseitige Verstärkung gibt, dass zum Beispiel RT im letzten Jahr und auch im ersten Jahr der Pandemie eben sehr viel die deutschen Gruppierungen übernommen hat, den Raum gegeben hat, die eben Verschwörungserzählungen über Corona, über Impfungen verbreitet haben. Also das Feld ist groß und das ist ein Mittel, wie Hass Menschen einschüchtern eben auch ein Mittel ist. Wir haben ja auch schon vorhin viel über die Ursachen gesprochen oder über die Menschen, die sich dann hingezogen fühlen, aber vielleicht auch nochmal aus Ihrer Perspektive. Wer sind denn die Menschen, die auf den Rechtsextremismus, ja, ich sag mal, reinfallen? Also für mich ist das eine Ideologie, die natürlich nicht nachvollziehbar ist, aber wir haben ja auch gelernt, man verliert zunehmend anscheinend auch intellektuelle Journalisten, die sich einfach dann dem Rechtsextremismus anschließen. Was sind da die Motive? Das könnte jetzt auch so ein Co-Referat Sozialforschung der letzten 100 Jahre werden. Vielleicht nicht in Deutschland der letzten 100 Jahre. Ja, es gibt natürlich unzählige verschiedene Gründe, die dazu führen können. Wir haben die Diskussion über Abgehängtheit lange Zeit geführt in Deutschland. Das ist eben nicht nur ein Teil, sondern es ist eben auch ein Hass, der weitergegeben wird. Es ist grundsätzlich so, dass eben junge Männer sich auch teilweise hingezogen fühlen zu den Weltbildern, die dort verbreitet werden, gerade wenn es um Unsicherheiten geht, um Rollenbilder, die vielleicht aufgebrochen werden in der gesamten Gesellschaft. Das spielt alles eine Rolle. Insofern kann man da keine monokausale Antwort dazu geben. Gut, dann verschieben wir das mit dem Referat. An Sie vielleicht auch nochmal die Frage in dem Zusammenhang zwischen Cybercrime und Desinformation. Wo besteht der, wo verlaufen die Grenzen? Ich glaube schon, dass es gewisse Angriffsformen gibt technischer Delikte, die auch für Informationskrieg, wenn wir den Begriff nochmal in Anführungszeichen hier gebrauchen wollen, durchaus eingesetzt werden, weil natürlich das Destabilisieren etwa von kritischen Infrastrukturen und Ähnliches zu einem Verunsicherungspotenzial und zu einem Bedrohungsempfinden ganz massiv beitragen können. Von der grundsätzlichen Idee her, glaube ich, haben wir im Bereich der digitalen Hasskriminalität eigentlich ganz unterschiedliche Strömungen. Ich kann Ihnen jetzt keinen statistischen Überblick geben, weil die Natur der Strafverfolgung immer nur ist, wir sehen die Fälle, die wir halt angezeigt bekommen, die wir mitgeteilt bekommen. Das ist statistisch immer schwierig, daraus zu schließen, wie denn jetzt sozusagen die objektive gesamte HG ist. Wir sehen das Hellfeld. Und da ist eigentlich schon auffällig, dass es sicher bestimmte Tendenzen gibt. Mehr Männer als Frauen stehen im Fokus der Ermittlungsverfahren. Auch eindeutig mehr rechtslastige Straftaten, so ganz weit, weit überwiegend mehr rechtsmotivierte oder rechtslastige Straftaten als andere Ausrichtungen. Aber trotzdem, finde ich, ist auch bemerkenswert eine grundlegende Tendenz, dass es keine ganz strikte soziologische oder soziodemografische Zuschreibung gibt. Also es ist immer der weiße Mann aus Osteuropa in der Altersklasse von X oder Ostdeutsch. Da können Sie keine festen Kriterien finden. Das ist das Eigentliche, was uns als Entdeckung doch einigermaßen so ein bisschen den Horizont auch in der Betrachtung geweitet hat. Dass es ein weiter verbreitetes Phänomen ist, als es eindeutig auf irgendeine bestimmte, wie Sie gerade ja auch gesagt haben, auf eine Ursache und damit auch eine vielleicht Herkunft, eine Lebensgeschichte oder Ähnliches zu verdichten. Und das ist, glaube ich, in den Ermittlungsverfahren schon sehr deutlich geworden. Frau Schwarz, Sie können Sie verstehen. Ja, nur ganz kurz zur Ergänzung und ich glaube, da stimmen Sie mir vielleicht zu. Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie auch mithilfe digitaler Tools sich diese Form der Zugehörigkeit zu einer distinkten Gruppe, zu einer klaren Parteibewegung, sonst irgendwas, sehr klar aufgelöst hat. Wir haben das innerhalb der Pandemie auch gesehen, wo eben sich das Ganze auch auf der Straße zugetragen hat. Wir haben das gesehen, würde ich sagen, 2015, 16 im analogen Raum mit den Anschlägen auf Asylunterkünfte, wo eben auch viele derer, die dann angeklagt wurden, vorher nie straffällig geworden sind, vorher nie auch unauffällig waren, als unauffällige Nachbarn beschrieben wurden. Und das zeigt sich eben, dass sie sich vielleicht auch eher ihre Bestätigung im digitalen Raum holen und da sich einer Gruppe zugeführig fühlen, die aber nicht mit einem Mitgliedsausweis daherkommt. Und wenn wir da nochmal auf die deutsche Datenschutzregelung schauen, Stichwörter Cybercrime, behindert die teilweise ihre Arbeit oder dient sie eher ihrer Arbeit? Naja, wir sind jetzt eine Technikdienststelle, insofern haben wir mal eine große Sympathie auch für Datenschutzregelungen. Also ich würde niemals den Satz unterschreiben, dass die Strafverfolgung durch Datenschutzregeln in der Hinsicht behindert ist. Das zentrale Problem der Strafverfolgungsbehörden ist, glaube ich, im Großen und Ganzen nicht der Mangel an Daten, sondern die schnelle Erschließung von Daten. In vielen Fällen, wenn Sie heute bei jemandem durchsuchen gehen, auch in dem Fall von digitaler Hasskriminalität, dann nehmen Sie ja nicht ein Handy mit oder einen Computer, sondern Sie bringen ganzen Geräte zu mit. Für den Beweis vor Gericht müssen Sie aber zügig und auch in einer angemessenen Frist diese gesamten Gerätschaften auswerten. Also da wird selbst ein einfacher, trivialer Fall der digitalen Hasskriminalität schnell zu einer großen technischen Herausforderung. Es gibt natürlich Regelungen, die unsere Ermittlungserfolgsmöglichkeiten einschränken. Wenn man ein, zwei nennen kann, dann ist da sicher die Frage, wie lange sind etwa IP-Spuren für uns noch verwertbar. Wir haben schon über Abläufe gesprochen. Faktisch haben wir nicht mehr als sieben Tage Zeit, eine IP-Adresse etwa eines Postings, die uns mitgeteilt wird, auf das physikalische Endgerät oder den Anschluss zurückzuverfolgen. Ich will da offen sagen, ich verstehe die Argumente für eine Verkehrsdatensprechung genauso wie ich viele der Argumente dagegen kenne. Ich kann nur als Praktiker, der die Gesetze nicht macht, sondern sie anwendet, sagen, wenn ich eben nur sieben Tage Zeit habe, fällt ein gewisser Prozentsatz von Verfahren schon allein deswegen herunter, weil ich die Spur nicht mehr verfolgen kann. Und dann haben wir einen Aspekt, den wir überhaupt nicht außer Acht lassen dürfen, der ist, dass wir, wir haben gerade viel über europäische Regulierung gesprochen, auch für die Strafverfolgungsbehörden ist die Internationalität der Sachverhalte eine riesige Herausforderung. Denn in kaum einem der Verfahren habe ich nur deutsche Beteiligte. Wenn ich Suchen an Provider, an Plattformen stelle, dann sitzen die quer über Europa oder auch noch in anderen Ländern verteilt. Und der Rechtshilfeweg ist im Regelfall deutlich beschwerlicher als die sieben Tage Frist, von der ich gerade gesprochen habe. Und da ist gerade im Bereich der internationalen Zusammenarbeit einiges an Optimierungspotenzial. Aber ich glaube, man muss auch mal feststellen, dass sich in den letzten Jahren da auch eine ganze Menge getan hat zum Positiven hin. Wenn wir diese Diskussion vor drei, vier Jahren geführt hätten, hätte ich, glaube ich, noch viel mehr aufgeschrieben und bestimmte Dinge etwa von Google gefordert, mehr zu tun. Da haben, wir haben gerade schon gehört, es gibt Gespräche zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den Providern, da haben sich viele der Prozesse auch so optimiert, allein aus den Abstimmungen, dass wir heute, glaube ich, eine deutlich größere Erfolgschance haben, als eben noch vor einigen Jahren in den Sachverhalten tatsächlich auch Erfolge zu erzielen. Heißt nicht, dass wir nicht noch besser werden können. Luft nach oben war ja auch schon mal ein Stichwort heute. Ja, ist noch vieles, aber es ist auch in dem Bereich schon viel optimiert worden. Und die erfolgreichen Aktionstage, die ja noch vor wenigen Tagen auch deutschlandweit in den Medien waren, die zeigen eben auch, dass auch Strafverfolgung durchaus funktionieren kann. Frau Frank, weil wir ja auch über DSA und DMA sprachen, welche Erwartungen haben Sie an jetzt zum Beispiel an den Digital Service Act? Also wir freuen uns, dass es eine europaweit einheitliche Regelung geben wird. Also wir sind ja mit dem Letzteged tatsächlich Pionier in Deutschland gewesen mit so einer Content-Regulierung, aber nach Deutschland haben wir ähnliche, aber anders konzentrierte Regelungen in vielen anderen europäischen Ländern gesprochen und aus Europa hinaus. Also Marie-Therese Weber hat ja Russland angesprochen, das ist für uns jetzt nicht so relevant, aber wir sehen Regelungen gerade in Dänemark diskutiert man darüber, in Belgien diskutiert man darüber mit einer anderen Konnotation in Ungarn und Polen. Und da etwas Einheitliches zu haben, ist natürlich immer gut für Unternehmen. Es ist ja ganz klar, je einheitlicher die Regelungen für uns europaweit sind, umso besser. Ich glaube aber auch für die Nutzerinnen und Nutzer ist es gut und letztlich auch für Strafverfolgungsbehörden ist es gut, wenn klar ist, was sind denn die Logiken, in denen miteinander gearbeitet wird. Viele der Regelungen, finde ich, machen auch total Sinn. Also, dass uns mehr Transparenz auferlegt wird, macht natürlich Sinn. Da kommt es auf die Details an, wo man sich fragen kann, da hat man dann wirklich die ganzen Folgekonsequenzen bedacht. Aber ich will Sie gar nicht langweilen heute mit den Details, sondern eigentlich nur mitgeben, vieles in dem DSA ist wirklich richtig. Ein paar Sachen, glaube ich, muss man sich sehr genau jetzt in den letzten Metern angucken. Wir haben ja vielleicht noch so vier Wochen vor uns, bevor die Triloge dann zu Ende gehen. Das, glaube ich, macht total Sinn. Aber neben dem DSA gibt es ja auch, Herr Hartmann hat grenzüberschreitenden, sozusagen Datenausleitungen angesprochen, für die Strafverfolgungsbehörden sehr wichtig, für uns Unternehmen auch sehr wichtig. Da gibt es dann die E-Evidence-Verordnung als ganz zentrale Regelung, weil wir haben unseren Sitz für unsere europäischen Kunden und Nutzerinnen und Nutzer in Irland. Wenn also eine deutsche Strafverfolgungsbehörde uns anfragt, dann ist das eine grenzüberschreitende Ausleitung von Daten, die wir vornehmen. Dafür gibt es eigentlich die E-Evidence-Verordnung und nicht das NetzDG und auch gar nicht den DSA. Und das sollte man sich eben parallel auch nochmal angucken, weil wir sehr gezielt immer auf unsere deutschen Verordnungen hier gucken. Aber ich finde, die E-Evidence-Verordnung gibt da sehr viel Richtiges. Aber wir brauchen gar nicht Verordnungen, um voranschreiten zu können. Herr Hartmann hat ja auch schon gesagt, viel hat sich bewegt. Das sehen wir auch so. Deutschland ist das Land mit den zweitmeisten Auskunftsersuchen im Übrigen im Strafverfolgungsbereich. Und wir beaufskumpften ungefähr so 75 Prozent positiv. Das heißt, da werden die Daten ausgeleitet. Viel von dem, was wir nicht ausleiten können, hat denn damit zu tun, dass manchmal die Anspruchsgrundlagen nicht richtig genannt sind und so. Und da hatten wir, glaube ich, Herr Hartmann, Sie würden mich, glaube ich, bestätigen, auch gemeinsam viel Positives erreicht, indem wir zusammen, unabhängig voneinander, auch Schulungen angeboten haben an die Kolleginnen und Kollegen von den Polizeien und Staatsanwaltschaften, um zu sagen, was muss man denn eigentlich bei uns abfragen, um die Daten, die natürlich gebraucht werden, auch zu bekommen. Frau Koch, Sie wollten, glaube ich, dazu auch noch was sagen. Ja, das Thema Desinformation ist im Digital Services Act selbst ja gar nicht abgebildet. Das war am Anfang des Prozesses diskutiert worden. Man hat sich aber dagegen entschieden, dort lief das unter dem Stichwort Harmful-Content mit aufzunehmen, sondern man wollte sich nur auf Illegal-Content beschränken. Das hängt auch damit zusammen und darüber haben wir ja zu Beginn schon diskutiert und Frau Frank hat das auch richtig ausgeführt, dass die Definition für Online-Desinformation einfach ganz, ganz schwierig ist. Man kann natürlich immer sagen, dass das mit einer Manipulationsabsicht verbunden sein muss, so wie es auch die High-Level-Expert-Group 2018 schon festgelegt hat. Aber das wahre Gefährdungspotenzial von Desinformation liegt ja oft in den Bereichen, die salopp gesagt awful but lawful sind. Also Dinge, die nicht justiziabel sind, die aber eben einen so starken Fokus auf Teilbereiche aufnehmen, dass sie andere wesentliche Informationen weglassen und dadurch eben bewusst einen Drall an Informationen geben, die dann eben im Endeffekt doch zu den unerwünschten Ergebnissen führen. Das ist auch der Grund, und damit hatte ich ja begonnen, warum Qualitätsjournalismus so wichtig ist. Und das ist auch der Grund, warum wir die Refinanzierung von privaten Medien an der Stelle eben so wichtig finden, was wir an der Stelle eben auch gerne im Digital Services Act berücksichtigen sehen. Jetzt hat heute ja der vierte Trilog stattgefunden und dort ist auch wieder über das Thema Werbeverbote gesprochen worden. Sie wissen alle, duales System, wir als private Rundfunkanbieter, wir finanzieren die Nachrichteninhalte durch den Verkauf von Werbung. Insofern ist das natürlich für uns ganz, ganz schwierig, wenn unser Geschäftsmodell an der Stelle so stark beschnitten wird, unseren Job, den wir wichtig nehmen und sehen, an der Stelle auch weiterhin so auszuüben. Dafür wollte ich nochmal sensibilisieren. Und zweiter Punkt, mit dem wir beim Digital Services Act leider nicht durchgedrungen sind, ist das Thema kein Eingriff in die journalistisch-redaktionelle Hoheit professioneller Medieninhalte, dass also auf Online-Plattformen die Inhalte von Medienanbietern nicht von den Plattformen aufgrund ihrer selbstgegebenen Community-Standards runtergenommen oder gelöscht werden dürfen. Das ist in der Vergangenheit leider passiert. Und insofern hätten wir uns gewünscht, dass wir als Medienanbieter an der Stelle geschützt werden. Aber Sie sind ja auch als Privatsender auf sozialen Netzwerken aktiv. Inwiefern können Sie die beeinflussen? Was können Sie dort alles bewirken? Also in der Theorie gibt es natürlich immer die Verhandlungen auf Augenhöhe. Jetzt ist es kein Geheimnis, dass die Augenhöhe an der Stelle aber auch sehr verschoben ist. Also das sind und deswegen laufen die großen Online-Plattformen ja unter dem Stichwort Very Large Online Platforms im Digital Markets Act auch nochmal gesondert geregelt. Marktmächtige Unternehmen, die im Zweifelsfall auch die alleinigen Anbieter oder eben die stärksten Wettbewerber für diesen Bereich sind. Und da ist es mit dem Thema auf Augenhöhe eben entsprechend schwierig. Ja, bitte. Ich würde gerne auf das reagieren, was Frau Koch gesagt hat. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Feuer hier rein. Zum einen ist es total richtig, dass der DSA Disinformation natürlich selbst gar nicht anspricht. Aber der DSA inkludiert einen Code of Conduct, den wir, wir sind einer der Erstunterzeichner des europäischen Code of Conduct gegen Dis- und Misinformation. Insofern gibt es eine direkte Verbindung, da das zu machen. Ich finde es auch sehr richtig, dass es keine andere Art der Verbindung gibt, sondern dass man sich auf illegale Inhalte grundsätzlich erstmal verständigt hat. Das ist kompliziert genug, weil die nationalen Regierungen ja jeweils ihre illegalen Inhalte selbst definieren. Nun ist der Unterschied zwischen Deutschland und einigen osteuropäischen Ländern, ja, also da ist die Auslegung nicht deckungsgleich. Insofern glaube ich, haben wir auch da schon ein paar Herausforderungen oder ein paar Aufgaben vor uns. Ich glaube, dass der Krieg gerade sehr gut gezeigt hat, warum es gut ist, dass wir keine Must-Carry-Regulierung im DSA erhalten haben. Dann wären wir als Plattform nämlich gezwungen gewesen, RT und Sputnik und all die anderen russischen Medien, staatsfinanzierten Medien, weil das sind alles staatsfinanzierte Medien, die Russen werden auch sagen, natürlich sind das staatsfinanzierte Medien, so wie wir in Europa auch welche haben, gezwungen werden, diese auf den Plattformen zu halten. Die Sanktionen hätten vielleicht kurzfristig da Änderungen gegeben, allerdings sind nur zwei Unternehmen sanktioniert, nämlich RT und Sputnik. Es gibt aber sehr, sehr, sehr viel mehr staatsfinanzierte russische Medien. Wir haben rund 300 Kanäle von staatsfinanzierten russischen Medien heruntergenommen. Das hätten wir nicht mehr tun können, wenn der DSL in Kraft getreten wäre und eine Must-Carry-Regulierung inkludiert worden wäre. Ich wollte nur mal sagen, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille und die sollten wir auch mitdenken in diesen Situationen. Und ich glaube, Sie haben das Feuer ein bisschen entzündet. Das ist doch schön. Frau Frank, Frau Koch möchte gerne noch was sagen. Ja, also wir begrüßen das durchaus, dass der Code of Practice of Disinformation an der Stelle überarbeitet und angepasst wird. Die Europäische Kommission hat ja in ihrer Evaluation significant shortcomings aufgezeigt, die die Selbstregulierung der großen Plattformen an der Stelle noch enthält. Insofern sind wir an der Stelle uns durchaus einig. Das Problem, das Sie an der Stelle aufzeigen mit der Staatsferne der Medien, das ist heute ja schon mehrfach angerissen worden. Und auf deutscher Ebene, das hat Frau Raab ja bereits ausgeführt, konnten wir dem schon vorgreifen, weil wir eben das System der Staatsferne bei uns etabliert haben. Die Verbotsverordnung auf europäischer Ebene scheint rechtlich angreifbar. Auch das ist bereits angeklungen. Und unser Ansatz an der Stelle wäre tatsächlich, und den Vorschlag haben die Medienanstalten ja bereits gemacht, dass die Systematik der Staatsferne in den European Media Freedom Act aufgenommen wird, sodass an der Stelle quasi das System, was bei uns bereits Best Practice ist, auch europaweit funktionieren kann. Und dann dürften auch die Plattformen keine Bedenken mehr haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielleicht schauen wir auch tatsächlich noch mal auf die EU-Ebene. Welche Strategien, Herr Hartmann, werden da verfolgt, verhandelt? Kann man davon auch vielleicht Erfolgen sprechen, wenn es um Desinformationen und Falschinformationen geht? Ich weiß gar nicht so sehr, ob ich als Strafverfolger der richtige Einsprechpartner bin, weil auf europäischer Ebene doch gerade im strafrechtlichen Bereich die Verantwortung der Nationalstaaten sehr im Vordergrund ist. Wir verfolgen natürlich die Debatten. Mein Eindruck ist jetzt nicht, dass etwa der DSA sozusagen im Kern ein strafrechtliches Regelwerk ist. Es gibt einige Anknüpfungspunkte. Wir haben auch mal uns bemüht, an der einen oder anderen Stelle uns als Strafverfolger mitzuintegrieren. In dieser Debatte, da ist aber auch sehr deutlich gemacht werden, dass Strafverfolgung nicht im Fokus der Regulierung in dem Bereich steht. Insofern, glaube ich, müssen wir uns aus strafrechtlicher Sicht tatsächlich zunächst mal darauf konzentrieren, dass wir die hier gegebenen gesetzlichen Grundlagen in vernünftiges Verhältnis zwischen gesetzlichem Regelungswerk und Umsetzung des Ganzen bringen, dass wir da die Ressourcen und die Möglichkeiten optimieren. Und im europäischen Kontext ist für mich etwa die E-Evidenzverordnung tatsächlich eine zentrale Frage. Also wird es einheitlich Europa möglich sein, nach einem vereinheitlichten Verfahren schnell und zügig Daten aus anderen Mitgliedstaaten zu bekommen? Die Debatte läuft ja seit 2018, glaube ich. Das ist aus Strafverfolgersicht ein Zeitraum, der ist nicht wirklich praktikabel. Wir hätten uns diese Lösung schon auch 2018 gut vorstellen können. Und sie betrifft weit mehr als nur digitale Hasskriminalität. Sie betrifft im Grunde jeden Bereich der digitalen Kriminalität, damit jedes Geschäftsfeld, das wir bei uns in der Zentralstelle abgebildet haben. Deswegen ist mein Wunsch, vielleicht kann ich das darauf beschränken, mein Wunsch in die europäische Richtung eher, dass man zu einer europäischen Regelung kommt. Jede Regelung, die man findet, wird Vorteile, Nachteile, zwei Seiten einer Medaille haben, weiß ich auch als Strafverfolger. Aber im Grunde bin ich mittlerweile der Überzeugung, dass ein einheitliches europäisches Regelwerk mehr Nutzen als Schaden stiften würde, egal wie in manchen Detailfragen die Debatte ausfällt, weil wir als Strafverfolger damit ein Stück weit Handlungsfähigkeit auch im europäischen Kontext bewahren oder ausbauen könnten. Frau Frank, Sie nicken auch schon wieder eifrig. Sie sehen das wahrscheinlich eh nicht, aber auch wenn es zum Beispiel jetzt noch mal um die Fragestellung geht, wie man sich natürlich gegen falsche Information zur Wehr setzt. Inwiefern nutzen denn Intermediäre da auch noch mal ihre Möglichkeiten, um gegen Desinformation vorzugehen? Es ist immer ein Instrumentenkasten, den wir anwenden können. Neben der Entfernung von strafrechtsrelevanten Inhalten oder Inhalten, das habe ich vorhin ja ausgeführt, die gegen unsere Hausregeln verstoßen, können wir verlässliche Quellen nach vorne spülen und wir können, und das ist ein sehr effektives Instrument, das wir seit einigen Jahren einsetzen, Inhalte, neudeutsch sagt man mal Borderline-Content dazu, die noch nicht sozusagen verletzend sind, aber anstößig sind, die empfehlen wir nicht weiter, sondern da reduzieren wir die Sichtbarkeit. Und das ist sehr erfolgreich gewesen, das ist eine Sichtbarkeitsreduzierung, liegt bei ungefähr 70 Prozent mittlerweile. Also das Gegenteil von dem, was Tabea Rösner vorhin zu anderen Plattformen gesagt hat, passiert bei uns. Zu sagen, solche Borderline-Inhalte kriegen nicht mehr Aufmerksamkeit, sondern im Gegenteil weniger Aufmerksamkeit. Das sind Bereiche, die wir machen können. Und ein drittes oder ein viertes Element ist, dass wir die Monetarisierung entziehen. Das heißt, solche Arten von Inhalten können sich nicht vermarkten lassen. Wir wissen ja auch, das wissen wir auch aus anderen Bereichen, aus dem kindesmissbräuchlichen Bereich zum Beispiel, dass ein Teil der Angebote ja auch genutzt werden, um wirklich Gelder damit zu machen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir einfach auch da den Boden entziehen und keine Monetarisierungsmöglichkeiten erlauben. Also das sind unterschiedliche Maßnahmen, die wir da einsetzen. Also wir einen Punkt noch gestatten, dass ich da einhebe. Da vielleicht kann ich auch noch ein bisschen Feuer entzünden. Wir haben ja heute schon gesprochen über die Regelung im Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das Verfahren von dem Verwaltungsrichtigen Köln, das ja im Ergebnis dazu führt, dass die beschlossene Meldepflicht für soziale Medien- und Plattformbetreiber faktisch derzeit nicht umgesetzt wird und die politische Perspektive in der vorangerangenen Diskussion aufgemacht wurde. Es ist ja sicher auch richtig, dass man dazu einer einheitlichen Überarbeitung wird kommen müssen. Die entscheidende Frage jetzt aus Sicht der Strafverfolger ist, wie füllen wir denn diese Lücke bis dahin? Also wir haben die politische Entscheidung gehabt, eine Meldepflicht einzuführen mit der nachvollzogenen Argumentation. Die kommt jetzt nicht aus unterschiedlichen Gründen, die das Verwaltungsricht Köln in seiner Entscheidung erläutert hat. Das kann ja nicht in der Antwort heißen, wir verfolgen jetzt in diesem Bereich Hasskriminalität mit gebremstem Schaum oder nicht mit der gleichen Intensität. Deswegen ist meine Hoffnung, dass wir jetzt auch in dem schon angesprochenen Diskurs mit den Plattformbetreibern, aber auch mit vielen anderen NGOs, die sich in diesem Bereich engagieren, ein Alternativmodell finden. Also ganz konkret formuliert, ich würde mir an dieser Stelle noch mehr Engagement auch von den Plattformbetreibern wünschen, Inhalte, die sie selbst als strafrechtlich relevant qualifizieren. Das haben wir ja auch gehört. Wir haben gehört, dass 1,40.000 Menschen weltweit beschäftigt, die identifizieren ja strafrechtlich relevante Sachverhalte. Als Anzeigenerstatter treten die Plattformbetreiber bislang bei den Staatsanwaltschaften nicht in Erscheinung. Und das ist, glaube ich, eine Lücke, mit der wir sehr viele Dinge auch, die in Bezug auf Meldepflichten, auf staatliche Regulierung usw. diskutiert werden, entschlacken könnten, wenn einfach alle, die auf der guten Seite in der Bekämpfung von Hass, von Desinformation stehen, sich in diesem Sinne noch stärker zu einer gemeinsamen Vorgehen verpflichten. Und da würde aus meiner Sicht als Strafverfolger eben auch sehr dazugehören, dass die Plattformbetreiber auch durch die Erstattung von Anzeigen, man kann reden, welche Delikte es betreffen soll, man kann schwere Grade festlegen, aber ganz grundsätzlich sich eben auch zu einer nicht nur reaktiven, sondern auch aktiven Vorgehensweise gegen Hass, und das ist die Strafverfolgung und die Strafanzeige, entschließen. Ein wichtiger Appell, glaube ich, an dieser Stelle. Darf ich darauf antworten? Sie dürfen darauf antworten. Ja, bitte. Also der Aufforderung sind, wir kommen hier schon lange nach, und zwar in Bereichen, wo wir eine Verletzung und Gefährdung von Leib und Leben sehen und wahrnehmen. Dort erstatten wir Anzeigen und geben Informationen weiter. Das ist nicht immer sozusagen die Staatsanwaltschaft in Köln, sondern es ist ein anderer Wege. Aber die Informationen kommen ja zu Ihnen. Und der zweite Bereich, wo wir das schon lange machen, ist der Bereich von kindesmissbräuchlichen Inhalten. Da ist es im Übrigen so, dass von den Informationen der Plattformanbieter an die amerikanische Zentralbehörde der Hauptteil der Verfolgung durch das BKA weiter passiert. Insofern gibt es schon sehr gute Kooperationen, zugegebenermaßen nicht in allen Bereichen, die man sich vielleicht in Deutschland vorstellt. Aber es ist nicht so, dass es gar nichts gibt. Und Herr Hartmann, wir haben ja im Vorfeld des NetzDG schon über andere Sachen gemeinsam auch gedacht. Das kann man sicherlich wieder aufnehmen. Ich glaube, dass die Entscheidung jetzt aus Köln ist ja relativ jung. Insofern brauchen wir, glaube ich, die Häuser jeweils auch mal Zeit, darüber nachzudenken, was die Antworten jetzt sind. Ich will die Diskussion nicht haben, aber genau den Gedanken nehme ich natürlich gerne auf. Ich verstehe das als Gesprächsangebot. Wir lade Sie gerne da zur Debatte ein. Und genau das, was Sie als Beispiele zeigen, das kann ich bestätigen. Terrorismusbekämpfung, Leib- und Lebengefährdung, Kinderpornografie, Kindesmissbrauchsdarstellung, das sind alles Bereiche, in denen die Plattform sich aktiv engagieren. Und genau dieses Engagement würde ich mir auch im Bereich der Hasskriminalität wünschen. Und dann werden wir ein ganzes Stück weiter, jenseits von jedem Regulierungsbedürfnis. Und damit schließen wir unsere Runde ab, denn die Zeit ist schon lange wieder abgelaufen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Vielen Dank an Frau Schwarz, Frau Koch, Frau Frank, da genau, und Herr Hartmann. Herzlichen Dank für diese interessante Runde. Vielen Dank.